hallo und willkommen zu einem neuen gold update ich hatte mal ein gold update glaube ich gemacht auf diesem kanal wir behandeln ja gold normalerweise auf dem englischsprachigen kanal more trading online wollen das natürlich auch weiter ausbauen das ist auch öfter hier passiert und so weiter ja aber der tag hat halt nur 24 stunden aber heute macht es doch mal sinn auch mal über gold zu sprechen der markt verhält sich erst mal jetzt wie erwartet wer die analysen auf dem hauptkanal mit verfolgt hat weiß dass wir generell bullisch auf den goldmarkt gestimmt sind und ich hatte es schon öfter mal erwähnt dass im zweifel ja natürlich gibt es hier auch ein bärisches szenario aber wir sehen ja eigentlich ganz klar dass wir nur drei wellen nach unten haben seit dem mai hoch okay das ist also eine dreiteilige abwärts bewegung es war eine a welle dann hier eine b welle seitwärts und die c welle nach unten der hätte jetzt zum beispiel hier schon noch eine 12 ja dann wäre das eine 345 irgendwie als diagonal machen können das wird aber gerade invalidiert das war auch überhaupt nicht der fokus sondern die idee war ja jetzt seit letztem jahr 22 oktober waren wir bullisch gestimmt auf gold gut da war jetzt erst die frage okay ist das hier eine one two one two oder ist das alles eine eins für für die one two one two sind wir zu weit runter gekommen es wurde zwar nicht invalidiert das war zuerst meine erwartung aber wie auch immer es ist trotzdem ein bullisches szenario wurde ja auch nie invalidiert grundsätzlich ist der preis dann in diesen unterstützungsbereich gelaufen der war ja der quasi der kaufbereich und hat eigentlich alles relativ gut gepasst soweit ja und jetzt ist halt so die idee dass wir hier gerade nach oben laufen in dieser welle 1 wir schauen jetzt auch gleich mal auf den micro count hier bei gold und da werden wir gleich mal reinschauen auf dem einen stunden chart wobei ich sagen muss aus irgendeinem grund ist mir hier der micro count abhanden kommen da gehen wir aber gleich mal drauf genau so da sind wir ja zwar der falsche chart hat trotzdem alles gepasst so dass sie ist der micro count also die idee ist dass wir tatsächlich in einer welle zwei einen boden gebildet haben das ist noch nicht ganz bewiesen das wird erst bewiesen nachdem wir eine fünfteilige aufwärtsbewegung abgeschlossen haben und dann eine dreiteilige abwärtsbewegung wieder folgt ja dann können wir sagen der boden war hier drin aber auf dem hauptkanal habe ich schon mitgeteilt dass wir hier wahrscheinlich ein kleines one two haben und er hat dann auch das ziel in der dritten welle perfekt erreicht gehabt hat dann auch den rücksetzer in der welle vier gemacht kam zwar nicht tief runter also relativ bullisch und wir laufen jetzt hoch in der fünften welle so jetzt muss ich aber eins sagen nach der price action von heute würde ich sogar sagen die dritte welle extendiert wahrscheinlich das heißt dass die diese drei und die vier noch gar nicht fertig ist das heißt es wird sich weiter nach oben extendieren die nächsten extensions level liegen erstmal so bei 2028 und 2075 dollar der sollte weiter hochlaufen die unterstützung die jetzt für die weitere trendfortsetzung relevant ist die können wir auch mal gerade hier benennen denn das ist ja wichtig wer jetzt zum beispiel gerade in einem trade ist oder sowas dann ist es für mich so weil das ist halt der wichtige unterstützungslevel für die welle vier dann ist es für mich so dass das 1940er niveau relevant ist also wenn der jetzt unter die 1940 bricht aber er läuft ja gerade noch höher das passt zu einer dritten welle wenn er unter die 1940 bricht dann würde ich sagen diese rallye fällt aber erstmal hätte ich gerne fünf wellen meiner meinung nach ist das noch teil der dritten welle aber ich kann nicht ausschließen dass wir schon der fünften sind deswegen würde ich sowieso er hatte jetzt ein neues hoch gemacht nach primärerwartung würde ich wenn er jetzt einen größeren rücksetzer macht den unterstützungsbereich für die welle zwei auf den chart bringen für einen trade in der dritten welle der dritten welle und das wird halt auch der stress test ich kann ja auch nicht garantieren dass der jetzt bullisch ist das war aber die haupterwartung und wie gesagt im zweifel bin ich lieber lieber bullisch bei gold weil die erfahrung zeigt also ich analysiere den gold markt jetzt auch schon viele 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 jahre und die erfahrung zeigt einfach man sollte sich auf bei diesem markt nicht bärisch einstellen wenn es indikatoren gibt dass es bullisch sein kann und die waren ganz klar da denn wir wissen wenn gold läuft dann läuft gold sehr sehr schnell da will ich im zweifel lieber zu früh bullisch sein ja und resette dann tiefer noch mal und kauf mich tiefer noch mal ein werde ausgestoppt oder wie auch immer als dass ich so eine rallye verpasse das will ich nicht ja so und das ist einfach dann taktisch strategischen dass die überlegungen und er müsste halt jetzt um überhaupt was bärischeres jetzt hier noch mal uns auf den chart zu bringen müsste er dann eben in dem kommenden rücksetzer und jetzt wird einer halt immer wahrscheinlicher dass dann ein größerer rücksetzer kommt in der welle zwei da müsste er in jedem fall wobei das wird dann noch mal angepasst die 18 dollar 60 halten nicht 18 dollar 60 1860 dollar also 1860 dollar darunter werden ganz neue tiefs wahrscheinlich und dann würde auch ein weiteres bärisches szenario wahrscheinlicher aber solange wir eben die unterstützung halten ist es nicht notwendig hier war also ein kaufbereich den hätte man nutzen können hier war noch einer den hätte man nutzen können vielmehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen der läuft jetzt noch ein bisschen weiter würde mich nicht überraschen ob er wenn er in diesen bereich kommt zwischen 2027 und 2075 und dann sollte irgendwann wenn der rücksetzer sich zeigt dann werde ich einen unterstützungsbereich auf den chart bringen und dann geht die party los in der dritten der dritten welle ja also das läuft gut ich will es auch nicht länger machen als notwendig ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihm so ist bitte ein like da lassen aber unten kommentar vielen dank ciao